Hallo, heute präsentieren wir Ihnen, nicht ganz ohne Stolz, ein wunderschönes Rheineckhaus, fast in der City von Spandau. Gute 180 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen plus Vollkeller und vieles mehr. So, ich hoffe, Sie freuen sich genauso wie wir jetzt auf das neue Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.